Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Ascendenten. Herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im Mai mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Partnerschaften und Begegnungen sind im Mai von Kosmos großgeschrieben. Dabei hängt sehr viel davon ab, wie ihr euch selbst einbringt. Denkt immer an den schönen Spruch, wie man in den Wald hineinruft, so schaltet es heraus. Wenn ihr euch freundlich und großzügig zeigt, werdet ihr viele schöne Momente in der Liebe und mit euren Sozialkontakten erleben. Wenn ihr Fragen zu eurem persönlichen Horoskop habt, unterstütze ich euch gerne in einer persönlichen Beratung. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. In meiner Verlosung gibt es diesmal eine Chiron-Beratung zu gewinnen. Darin erfahrt ihr alles über den inneren Heiler in eurem Horoskop und was der wichtige Transit von Chiron durch den Widder in den kommenden Jahren für euch bedeutet. Einzelheiten zur Verlosung gibt es am Ende des Videos, also bleibt dran. Jetzt ist auch der zweite Teil meines Chiron-Specials online Entwicklungschancen mit Chiron im Widder mit der Deutung des Transits für die Sternzeichen. Das solltet ihr euch unbedingt anschauen. Wenn ihr meinen Jahreshoroskop gesehen habt oder mein Buch gelesen habt, dann wisst ihr ja, dass 2018 viele vorteilhafte Aspekte für euch aus dem Kosmos kommen, allen voran der Durchgang von Glücksplanet Jupiter durch euer Zeichen. Im Mai steht nun ein ganz wichtiges kosmisches Großereignis an, das in den kommenden Jahren großen Einfluss auf euer Leben ausüben wird. Überraschungsplanet Uranus wird in den Stier gehen und das bedeutet, er wird in den kommenden sieben Jahren durch euer kosmisches Partnerhaus wandern. Manche von euch werden dann den Drang verspüren, in ihrer Beziehung etwas zu verändern oder eine neue Beziehung anzufangen. Es gibt neue Einflüsse und Veränderungen und beide Partner müssen sich darauf einstellen. Wenn einer nicht mitmacht, kann das zur Trennung führen. Günstig ist der Aspekt für die Singles unter euch, denn für sie zeigt Uranus aufregende und spannende Begegnungen mit außergewöhnlichen Leuten an. Bis November betrifft das erstmal die Geburtstagskinder vom 23. bis 26. Oktober. Über die übrigen langfristig wirkenden Tendenzen könnt ihr euch nochmal in eurem Jahreshoroskop informieren oder es in meinem Buch nachschlagen. Diese Planeten haben sich etwas weiter bewegt. Jupiter ist weiterhin rückläufig und steht nun wieder auf der Sonne der Geburtstagskinder vom 10. bis 15. November. Und die haben das Glück, dass in diesem Monat gleichzeitig auch Romantiker Neptun sie positiv bestrahlt. Denkt immer dran, auch die übrigen Geburtstagskinder können Planeten im Horoskop haben, die diese Einflüsse empfangen. Das können wir am besten in einer persönlichen Beratung klären. Jetzt wollen wir uns die aktuellen Konstellationen für den Mai anschauen. Der Monat beginnt mit angenehmen Einflüssen. Beruflich und auch bei euren Lern- und Forschungsvorhaben könnt ihr jetzt ganz tief in die Materie eindringen und seid auch sehr überzeugend. Auch für die Liebe stehen die Aspekte günstig. Die Sonne aktiviert hier im Stier euer Partnerhaus und das kann zum Beispiel für Skorpion Damen bedeuten, dass sie auf interessante potenzielle Partner treffen, die selbstbewusst ihren Weg gehen und das gefällt euch. Der große Romantik-Aspekt des Jahres dürfte sich diesen Monat über für die meisten Skorpiongeborenen positiv auswirken. Das ist der Aspekt zwischen Jupiter und Neptun. Er zeigt viel Liebe, Erotik und Zärtlichkeit an, aber er ist auch gut für euch, wenn ihr euch künstlerisch ausdrücken wollt. Die Stellung der Venus in den Zwillingen kann allerdings anzeigen, dass Skorpione in festen Händen gewisse Sehnsüchte nicht erfüllt bekommen oder dass ihnen der Partner ein bisschen entfremdet ist. Besonders zwischen dem 6. und dem 9. Mai findet ihr da vielleicht nicht so recht zueinander. Wie gesagt, mit Großzügigkeit und Verständnis könnt ihr diese Lücke überwinden. Der Merkur steht im Berufshaus eures kosmischen Horoskops zusammen mit Uranus. Das zeigt eine gewisse Unruhe im Job oder Anforderungen, um die ihr euch kümmern müsst. Vom 12. bis zum 20. Mai ist dann die kritische Phase des großen Übergangs. Sie fängt am 12. schon an und dann zwischen dem 14. und dem 16. Mai wechseln Merkur und Uranus in den Stier in euer Partnerhaus. Und der Mars geht dann am 16. in den Wassermann, in den Familienbereich eures Horoskops. Und zwischen diesen kosmischen Kräften herrscht eine starke Spannung. Besonders die Geborenen der ersten Dekade müssen in dieser Zeit wirklich aufpassen, dass sie sich nicht aufregen und von dieser allgemein gereizten Stimmung erfasst werden. Und wenn ihr ganz zu Anfang Geburtstag habt, ist auch die Verletzungsgefahr durch die Mars-Uranus-Spannung erhöht. Und das würde vor allen Dingen eben zutreffen, wenn ihr so am 23. und 24. Oktober Geburtstag habt. Also geht es langsam an, lasst euch nicht hetzen, lasst euch nicht aus der Ruhe bringen und nehmt euch nicht zu viel auf einmal vor. Unter diesen Aspekten reagieren Menschen unerwartet, unberechenbar und eventuell auch unkooperativ. Rechnet also damit, dass Dinge ganz anders laufen, als ihr sie euch vorgestellt habt. In diese Zeit fällt auch der Neumond vom 15. Mai, der das Potenzial beinhaltet, auf konstruktive Weise mit diesen kosmischen Herausforderungen umzugehen. Für euch bietet es sich in der Neumond-Meditation an, über das Thema Partnerschaft zu reflektieren. Was soll sich in eurer Partnerschaft ändern? Was soll so bleiben, wie es ist? Wo seid ihr bereit, neue Impulse zu integrieren? Und was braucht ihr, um euch trotzdem sicher und geborgen zu fühlen? Und wenn ihr noch solo seid, könnt ihr euch Gedanken darüber machen, wie eine angenehme und zuverlässige, aber auch spannende Partnerschaft für euch aussehen soll. Die allgemeine Anspannung lässt ab dem 19. Mai wieder nach, wenn die Venus ins Zeichen Krebs geht. Das werdet ihr auch spüren, denn sie bildet dann für die kommenden dreieinhalb Wochen erstmal einen schönen harmonischen Aspekt zum Skorpionzeichen hier aus eurem neunten Haus heraus. Je liebevoller ihr Situationen und Menschen betrachtet, desto eher versteht ihr, was mit den anderen los ist und wie das euch selbst beeinflusst. Dann geht am 21. Mai morgens um 4.14 Uhr die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Zwillinge. Sie aktiviert dann für die kommenden vier Wochen euer kosmisches 8. Haus und das ist der Bereich, in dem es um Verträge und Verpflichtungen und gemeinsame Werte geht. Und natürlich noch um vieles andere, aber das wollen wir jetzt betrachten, denn das ist ein durchaus günstiger Einfluss für Skorpione in fester Beziehung, denn nun folgen bis zum Monatsende eine Reihe von interessanten und positiven Aspekten, die euch dabei helfen, gemeinsam mit eurem Partner und eurer Familie aktiv zu werden und etwas zu unternehmen, was euch verbindet. Die Zeit ist auch günstig, um über eine neue Anschaffung nachzudenken, von der alle etwas haben. Zwischen dem 24. und dem 27. gibt es einen kritischen Aspekt zwischen Saturn und Venus, aber beide Planeten stehen in Harmonie zu eurer Sonne. Dieser Aspekt erzählt von Diskussionen um gemeinsame Werte, ob man sich da einig werden kann oder auch inwiefern man die Grenzen des jeweils anderen akzeptieren muss. Vielleicht seid ihr da als Helfer und Berater gefragt. Am 29. Mai ist dann der Vollmond in den Zeichen Schütze und Zwillinge und in den Tagen darauf bildet sich ein wunderschönes Harmoniedreieck zwischen Glücksplanet Jupiter, der in eurem Zeichen steht, Liebesgöttin Venus und Romantikplanet Neptun und alle bilden günstige Aspekte zu eurer Sonne. Das verspricht viele schöne Momente in der Liebe, denn ihr seid liebevoll und verführerisch zugleich. Und wenn ihr für euch alleine seid, ist es zumindest ein großartiger Kreativaspekt, mit dem ihr Herzensprojekte realisieren könnt. Und diese schöne Energie hält noch an bis zur ersten Juniwoche. Das waren eure Konstellationen im Mai. Wenn ihr mehr über euer persönliches Horoskop wissen wollt, zum Beispiel, wie sich eine Liebessituation für euch entwickelt, dann könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 11. Mai um 17 Uhr. Dabei kann mir jeder eine Frage zum Horoskop stellen. Das könnt ihr zum Beispiel auch nutzen, um zu erfahren, welchen Einfluss von Chiron oder Uranus ihr gerade erlebt. Mein Chiron-Video hat ein riesen Echo ausgelöst. Das ist für ganz viele ein großes Thema Chiron als inneren Heiler zu entdecken. Deshalb biete ich euch einen neuen zweiteiligen Workshop an mit dem Titel Entwicklungschancen mit Chiron im Widder. Und zwar am Donnerstag, den 17. Mai um 18.30 Uhr und am Freitag, den 18. Mai um 17 Uhr. Und dazu gibt es auch ein Geschenk. Mehr darüber erfahrt ihr im zweiten Teil meines Chiron-Specials. In meiner Verlosung gibt es diesmal eine Chiron-Beratung bei mir zu gewinnen. Darin erfahrt ihr alles darüber, wie ihr mit Chiron zur Heilung und Persönlichkeitsentwicklung finden könnt. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaften der Sterne informieren können. Also einfach hier klicken und abonnieren, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch jetzt auch den zweiten Teil meines Specials über Chiron an, Entwicklungschancen mit Chiron im Widder. Und falls ihr sie noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch auch meine Specials über Saturn und Lilith im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.